Moin Leute, es ist passiert. Tatsächlich, auch wenn sich das jetzt mega komisch anhört, Chapter 4 wurde angekündigt. Ja, ich weiß, Chapter 3 läuft jetzt erst ein Jahr und normalerweise dauern die Chapters immer zwei Jahre, aber das ändert sich jetzt scheinbar oder ist zumindest hier ist es mal nicht so, weil gestern bei dieser FNCS Live-Show ist das passiert. Vom ganz normalen FNCS Bildschirm einfach mal 0815 mäßig Chapter 4 angekündigt. Das gab so unerwartet. Ich bin mega gehypt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch gehypt seid. Chapter 4 könnte mega geil sein. Wir bekommen jetzt schon ziemlich neu, Karte ist ziemlich bald wieder eine neue Karte. Am 3. Dezember ist das Live-Event. Da will ich auf jeden Fall wieder dabei sein. Und dann am 4. Dezember wird die ganze Season starten. Das ganze neue Chapter meine ich natürlich. Mega nice. Wir sehen uns. Like und Abo reinhauen und ciao.